Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir vier Aktien von der 10x Watchlist. Wir kommen zu Coinbase. Aktuelle Marktkapitalisierung 12,7 Milliarden US-Dollar, derzeit unprofitabel bei einem Kursumsatzverhältnis von 4,5. Coinbase schauen wir uns zuerst im Tagesstart an, im gesamten Chartverlauf. Man muss ganz klar sagen, zum aktuellen Zeitpunkt nahezu jeder, der bei Coinbase investiert ist, sollte hier im Minus sein, denn die Aktie kannte seit dem IPO nur eine Richtung und das ziemlich aggressiv. Wir haben am Tag des IPOs ein All-Time-High gesehen bei 430 US-Dollar. Dann ging es erstmal massiv nach unten, nur dass sich der Markt dann eben ein deutlich tieferes Hoch gesucht hat. Müsste auch hier im Bereich von einem ca. 50er bis 61er Fibonacci passiert sein. Ja, genau in der Golden Pocket abgedreht nach unten und dann beschleunigt sich eben so ein Crash auch nochmal so richtig. Und jetzt sehen wir hier unten eben eine Bodenbildung. Einige sprechen hier möglicherweise von einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Muss ganz klar sagen, da ist mir die Nackenlinie hier ein bisschen zu diffizil. Was man ganz klar sagen muss, Coinbase hat hier möglicherweise wirklich an einer Bodenbildung gearbeitet. Wir sehen hier aber im Bild, und wir schauen uns gleich diese Struktur auch noch im Detail an, wir sehen hier im Bild einen ganz klaren Downtrend, der sehr, sehr gut respektiert ist. Also wir wissen, dass Coinbase sehr abhängig ist auch vom Bitcoin. Und das bin ich eben sehr gespannt, wenn wir jetzt beim Bitcoin durchaus sehen, dass sie im Boden drin ist. Und wenn der Bitcoin sich beschleunigt, dann hätte Coinbase natürlich die Chance hier massiv auszubrechen. Wir wissen, es ist eine Aktie mit einer hohen Shortquote. Es ist eine Aktie, die im Rahmen von Rallys sehr, sehr gut mitläuft, wenn der Markt eben Stärke zeigt. Wir haben es immer wieder auch gesehen, gerade in den letzten Monaten, da waren durchaus Rallys dabei von deutlich über 100%, 60%. Schöne Rallys bei Coinbase, aber ganz wichtig, dafür müssen wir hier eine Supportbildung gesehen haben und vor allen Dingen, um hier deutlich tiefere Kurse nochmal zu vermeiden. Denn auch Coinbase hat hier vom Kurs noch circa 40 US-Dollar gehabt am Tief, 30 US-Dollar derzeit, 55 US-Dollar. Es spricht relativ wenig dagegen, dass sich solche Aktien, wenn es hier nochmal zu einem massiven Abverkauf kommt, auch nochmal halbieren unter solchen Levels. Mittel- bis langfristig allerdings, muss ich sagen, finde ich Coinbase durchaus interessant. Und jetzt schauen wir uns diese aktuelle Chartstruktur mal im Detail an. Und hier möchte ich jetzt zuerst mal auf ein Kursziel zur Downside eingehen. Wir haben ja hier zuletzt eine ganz klare Rally gesehen, eben auch gerade im Kryptobereich, gerade auch bei den Altcoins, haben wir eben zum Jahresbeginn eine massive Rally gesehen. Und jetzt sehen wir eben bei Coinbase, dass hier seitdem relativ wenig drin war. Wir haben auch seitdem fallende Hochs, ganz klar, bei Coinbase auch fallende Tiefs übergeordnet. Das müssen wir auf dem Schirm behalten. Und wir hatten ja auch gerade zuletzt das Thema mit der SEC mögliche Klage auch im Raum bei Coinbase. Und deswegen habt bitte diese Tiefs hier auf dem Schirm. Wir sind jetzt aktuell bei circa 55 US-Dollar aus dieser signifikanten Rally vom Jahresbeginn eben ans Top, was wir gesehen haben im Februar. Sind wir jetzt aktuell genau an der Golden Pocket, das Tief war hier bei 46 US-Dollar. Das waren in den letzten Monaten schon gute Zeitpunkte, um Long zu gehen bei Coinbase. Keine Frage, ich möchte hier noch ein bisschen mehr sehen bei der Aktie, um mich hier zu positionieren. Insbesondere, weil jetzt eben hier auch dieser Abwärtstrend, der zuletzt eben immer das Ende war der Rallys. Hier wird es jetzt eng und eben ein absteigendes Dreieck aus einem fallenden, aus fallenden Hochs und eben immer wieder dem gleichen horizontalen Support. Das ist durchaus auch mal gefährlich für einen Breakdown. Und da ist eben dann das Kursziel zu suchen im Bereich, wenn wir diese Rally abmessen, eben die Zielzone zur Downside. Da wäre das 127er Extension dann eben Kurse von circa 15 US-Dollar. Das meinte ich eben gerade damit, dass wenn dann solche Tiefs mal brechen bei so einer Aktie, die halt auch extrem volatil ist, da kann es dann durchaus auch nochmal 50 Prozent zur Downside gehen. So, jetzt packen wir den Bären aber mal weg und schauen uns hier die aktuelle Situation aus Bullish. Das ist nicht uninteressant, da müssen wir ganz klar drüber reden. Die Kurse von 40 US-Dollar, hier 46 US-Dollar übergeordnet, hier auch das Level um die 50 US-Dollar. Das ist eine wichtige Supportzone. Du siehst halt gerne mal am Tief von so einer Aktie dann nochmal eine Übertreibung nach uns. Denn hier eine schöne Bodenbildung im Rahmen von möglicherweise dann eben wirklich dem All-Time-Low bei Coinbase im Bereiche von 32 US-Dollar. Seid aber einfach gewappnet, dass wenn wir hier einen Breakdown erleben, dass der durchaus heftiger ausfallen kann. Und da bleibe ich ganz klar aber bei meinem Standpunkt. Ich möchte sehen, dass der Markt hier mit dieser Trendlinie und deswegen kommt hier auch ein Preissalarm drauf. Einmal pro Balkenschluss. Wenn jetzt ein Tagesschluss über diesem Abwärtstrend stattfindet bei Coinbase, dann bekomme ich spätestens einen Preissalarm. Und dann wird es hier durchaus interessant. Dann können wir uns nämlich hier mal die gesamte Struktur abmessen von diesem Falling, von diesem fallenden Dreieck, absteigenden Dreieck. Und sehen hier bei einem potenziellen Breakout eben dann meines Erachtens durchaus ein realistisches Kursziel im Bereich vom 61er Fibonacci. Wir haben hier auch dann dieses klare Doppeltop im Chart. Das wären dann durchaus Kurse von ca. 84 bis 86 US-Dollar. Hier ist auch die 200-Tage-Linie. Die macht aktuell dann zusammen mit diesem Abwärtstrend hier einen durchaus kritischen Widerstand. Seid hier nicht überrascht, wenn es hier möglicherweise noch zu etwas mehr Volatilität kommt bei Coinbase. Die kann hier auch jederzeit nochmal das Level anlaufen im Bereich von 46 US-Dollar. Wenn wir uns die gesamte Downside hier nochmal anschauen, dann wisst ihr, dann ist das 23er Fibonacci auch immer ein wichtiger Trigger. Da hatten wir auch durchaus immer wieder Berührungen gesehen. Das sind hier ca. 51 US-Dollar. Da sind wir jetzt für den Moment drüber, nachdem wir uns hier potenziell eben mit dieser Bärenfalle Support gesucht haben auf dem wichtigen Level von 46 US-Dollar. Ich möchte nicht ausschließen, dass hier jetzt bereits ein Boden drin ist. Mir ist aber sehr, sehr wichtig, dass ihr, wenn ihr hier investiert seid, bitte diesen dominanten Abwärtstrend auf dem Schirm hat. Und erst wirklich ein Breakout aus diesem Abwärtstrend kann dann hier mal etwas mehr Abseits freisetzen. Aber eins ist auch klar, wenn wir hier aus den 84 bis 86 US-Dollar ausbrechen, haben wir auf der linken Seite nichts außer senkrecht runter, senkrecht rauf, senkrecht runter. Dann ist das Kursziel hier oben zu suchen im Bereich der 100 US-Dollar. Also durchaus schönes Kurspotenzial, prozentual gesehen auch vom aktuellen Level-Downtrend beachten, Supportzone beachten bei 46 US-Dollar. Und auf keinen Fall wollen wir natürlich bei Coinbase hier neue Tiefs sehen. Wir kommen zu Zoom. Aktuelle Marktkapitalisierung 20,8 Milliarden US-Dollar. Ein erwartetes KGV von 16 und ein Kursumsatzverhältnis von 4,7. Zoom schauen wir uns zuerst mal in einem etwas ungewöhnlichen Bild an. Und zwar geht es mir hier in erster Linie um das All-Time-Low der Aktie. Das muss man nämlich unbedingt respektieren. Und zwar ist das, und zwar wenige Handelstage nach dem IPO aus dem April 2019 bei genau 60 US-Dollar, 59 US-Dollar und 96 Cent. Wir wissen, dass die Aktie einen unglaublichen Run hingelegt hat. Sie hat sich damals im Jahr 2019 hier auch schön drei höhere Tiefs gesucht, minimalhöhere Tiefs gesucht. Du siehst, das ist hier schon ein Bereich, wo man auch mal zu signifikanteren Rallys ansetzen kann. Dann ist die Aktie von dieser gesamten Rallye, die wir uns gleich anschauen, im zweiten Clip zurückgekommen. Um 90 Prozent nur, um sich jetzt hier vor wenigen Wochen am 1. Mai ein 52-Wochen-Tief abzuholen bei genau 60 US-Dollar und 50 Cent. Also nach einer Rallye um knapp 1000 Prozent ist die Aktie bis auf 50 Cent an ihr altes All-Time-Low herangelaufen. Deswegen extrem wichtig, denn die Aktie ist nach wie vor kein Schnäppchen von der blanken Bewertung her. Wir haben immer noch eine Market-Kapitalisierung von 20 Milliarden US-Dollar und ein Kurs-Umsatzverhältnis von knapp 5. Falls uns die hier nochmal richtig abtauchen sollte, falls der Markt hier diese alten All-Time-Lows und vor allen Dingen diesen signifikanten Support und diesen Dreifach-Boden, jetzt mittlerweile Vierfach-Boden hier loslassen sollte, kann die Aktie nochmal deutlich mehr Downside-Potenzial haben. Und von dem kleinen Bild der potenziellen Bodenbildung gehen wir jetzt ins große Bild der Zoom-Aktie und schauen uns hier mal den gesamten Chartverlauf an. Und ihr seht das All-Time-High der Aktie bei ca. 590 US-Dollar aus dem Oktober 2020. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Kurse jemals wieder sehen werden bei Zoom, aber ich finde sie dennoch nicht unspannend hier an Ort und Stelle. Wir haben hier diese ganz klare Supportzone bei 60 US-Dollar, die wir jetzt hier eben gerade zuletzt nochmal getestet haben. Und jetzt sehen wir hier lokal sogar ein knapp höheres Tief, eine ähnliche Struktur wie damals. Ich habe auch eine ganz kleine Position von Zoom bei mir im Long-Depot, aber da liegen einige kleinere Tech-Aktien, wo ich eben jeweils kleinere Positionen drin habe. Ich bin da eher breiter am Streuen in diesem Bereich. Was ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist hier die 200-Tage-Linie. Die habt bitte mal ganz klar auf dem Schirm, das ist hier ein sehr harter Widerstand. Die haben wir zuletzt als Widerstand getestet, nochmal im Juni und im August 2021. 2021 danach ging die Fahrt nochmal so richtig nach unten los und das wäre natürlich mittelfristig durchaus ein starker, bullischer Trigger, wenn Zoom aus dieser 200-Tage-Linie ausbrechen kann. Schauen wir uns jetzt aber auch noch gleich im kurzen Bild an. Und jetzt sind wir im aktuellen Bild der Zoom-Aktie. Wir sehen hier tatsächlich ein ganz schönes Falling Wedge im Chart. Es gibt noch schönere Falling Wedges bei kleineren spekulativen Tech-Aktien. Beispielsweise Teladoc ist eine Aktie, die ein interessantes Pattern auch aktuell hat. Wenn man es so ansetzt, wie ich es hier eingezeichnet habe, dann könnte man auch davon ausgehen, dass Zoom hier ausgebrochen ist. Ich finde auch gerade diese Bewegung hier durchaus spannend, dieser Breakout. Dann nochmal dieses massive Abkochen vom Markt, dann eben potenziell hier eine Bärenfall jetzt im Chart. Und jetzt schraubst du dich hier eben an dieser Trendlinie nach oben. Hier kommt direkt mal ein Preisalarm drauf. Denn ganz klar, solange diese Trendlinie hier hält, hat Zoom auf jeden Fall die Chance, hier sich nach oben zu schrauben. Und du siehst jetzt eben hier auch die entsprechende 200-Tage-Linie, die ins Bild kommt. Der RSI im Tagesstart hätte Platz. Potenziell kann es hier wirklich zu einem Impuls kommen, indem wir uns dann aus der 200-Tage-Linie absetzen. Hier hätten wir dann eine horizontale Widerstandszone entsprechend bei 85 US-Dollar übergeordnet. Hab hier mal eben diese Faktoren auf dem Schirm. Und wenn das eine Aktie ist, die dich interessiert, dann können wir die auch gerne öfters mal in die Videos mit einbauen. Und ich finde das hier nicht uninteressant, potenzieller Breakout eben aus dem Falling Wedge, wo wir eben dann potenziell Support gefunden haben in der Nähe der All-Time-Lows. Hier auch nochmal ein schöner Doppelboden, nicht ignorieren, erster Support-Rally-Rücksetzer. Und danach startest du eben nochmal durch. Ich finde das hier nicht unspannend. Ganz wichtig ist aber auch, wer hier vor allen Dingen spekulativ positioniert ist bei Zoom, auch mit größeren Positionen. Hab bitte diesen Aufwärtstrend auf dem Schirm. Das muss hier, muss man ganz klar sagen, das muss hier eine ernstzunehmende Bodenbildung gewesen sein. Wenn jetzt hier in dieser ganzen Reihe an fallenden Tiefs jetzt der Markt hier nur ein weiteres fallendes Tief generiert, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich kein besonders hohes Zuversichtslevel, das ein weiteres mal dieser Support hier halten wird. Wir kommen zu Microsoft. Aktuelle Marktkapitalisierung 2,58 Billionen US-Dollar. Ein erwartetes KGV von 31 und ein Kursumsatzverhältnis von 12,5. Microsoft schauen wir uns zuerst im Wochenchart an und hier möchte ich gemeinsam mit euch mal den Blick in erster Linie zuerst auf die 200-Wochen-Linie richten. Das war so ein herrlicher Support bei Microsoft eben im Oktober, aber auch im Januar hatten wir hier auch auf dem Schirm entsprechen. Und das ist wichtig, die 200-Tage-Linie ist ein unglaublich kritischer, gleitender Durchschnitt und den hatte die Microsoft-Aktie nicht mehr berührt seit dem Jahr 2013. Also elf Jahre gab es keine Berührung mehr von der 200-Wochen-Linie und dann hier eben einen wunderschönen Doppelboden direkt auf der 200-Wochen-Linie. Wir gehen jetzt gleich noch im nächsten Clip ein bisschen weiter rein in den Wochenchart. Mir war jetzt wichtig, dass wir uns hier mal anschauen, welchen historischen Support Microsoft potenziell im Oktober und im Januar 2023 hier getroffen hat. Was aber auch ganz klar dazu zu sagen ist, die Aktie ist jetzt auch hier im Wochenchart überkauft. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass das hier kein Verkaufssignal ist zwingend, denn wir sehen, wenn Microsoft mal im Wochenchart überkauft ist, dann haben wir das gerne für eine ganze Weile. Das ist eben ein Indikator, jetzt kein sofortiges Verkaufssignal, sondern eben eher ein Indikator, das jetzt hier unglaublich viel Momentum drauf ist. Jetzt schauen wir uns das Bild an bei Microsoft eben seit dem letzten All-Time-High, den 2022er-Rücksetzer und die aktuelle Rally. Und ihr wisst, ich nutze Microsoft auch oft für eine Gesamtmarktanalyse, denn sie ist am Nasdaq sehr, sehr nah dran und sie war ihm jetzt die letzten Wochen eben auch einige Wochen voraus dem Nasdaq. Wir haben hier durchaus auch diesen Breakout aus dem 61er und 65er Fibonacci auf dem Schirm gehabt und dass sich danach eben die Bewegung durchaus stärker beschleunigen kann. Dann haben wir auch relativ häufig in den News-Videos drüber gesprochen mit den Indizes und dann den Microsoft-Chart eben im Vergleich zum Nasdaq gezeigt. Letzte Woche haben wir gesehen, dass Microsoft ein neues All-Time-High erreicht hat, aber unter dem alten All-Time-High geschlossen hat von circa 349 US-Dollar war das alte All-Time-High. Wir haben dann sogar unter dieser Wochenkerze geschlossen aus dem Dezember 2021 nochmal hier bei 345 US-Dollar. Das können jetzt für den Moment Widerstandszonen sein, 345 und 349. Das All-Time-High, was wir letzte Woche gesehen haben, war hier bei 351. Aber hier ist auch ganz wichtig, dieser Aufwärtstrend, den wir uns gleich im Tagesschart anschauen und der dann nochmal deutlich mehr Sinn macht, ist derzeit noch völlig intakt. Falls der brechen sollte, schauen wir uns für den Rücksetzer-Ziele an im Bereich der 316 und bis 300 US-Dollar. Hier ist für mich dann ein schöner Rücksetzer aus diesem Anstieg. Hier ist auch dann die Golden Pocket, die du nach einem Breakout als Support testen kannst. Das wäre ein sehr bulisches Zeichen, auch nochmal für deutlich mehr Aufwärtspotenzial. Und wenn wir jetzt aktuell sehen, dass dieser Trend weiterhin intakt bleibt und wenn es der Markt schafft, hier wirklich fulminant auf neue All-Time-High auszubrechen. Zielzone aus dem ganzen Rücksetzer 2022, 127er-Extension sind Kurse von 386, die 141 sind dann Kurse von 406 US-Dollar. Und der goldene Schnitt aus dem gesamten 2022er-Rücksetzer, das wären Kurse für Microsoft im Bereich von 433 US-Dollar. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und jetzt sind wir im Tageschart und ihr seht, dass dieser Aufwärtstrend hier sehr viel Sinn macht. Und zwar ist es der Aufwärtstrend, den Microsoft begonnen hat, als wir aus diesem Rising Wedge ausgebrochen sind. Das haben wir immer wieder auf dem Schenkung. Das hatte der Nasdaq oder hat der Nasdaq auch so im Chart. Breakout aus dem Rising Wedge und damit auch der Breakout aus der Golden Pocket. Und dann beschleunigt sich die Rallye eben nochmal exponentiell, auch über dem 88er. Fibonacci sind wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Und das ist eben dieser Aufwärtstrend, den der Markt begonnen hat, als man eben Bullish aus diesem Rising Wedge ausgebrochen. Jetzt habt ihr aber auch ganz klar dieses Gap auf dem Schirm bei Microsoft. Hier ist eine gewaltige Kurslücke, die erst geschlossen wäre bei einem Kurs von 275 US-Dollar. Und das wäre hier eben ein Backtest der 200-Tage-Linie. Also wenn uns die Aktie jetzt wirklich hier mal durch diesen Trend bricht und wir sehen, da kommt jetzt mal ein Impuls rein, vor allen Dingen eine schwache Gegenbewegung, dann seid durchaus auch mal vorsichtig. So eine Korrektur kann dann auch mal etwas schärfer ausfallen. Ein Backtest der 200-Tage-Linie wäre übergeordnet auch mal völlig normal und auch gesund. Und insofern durchaus dann Downside-Potenzial, wobei ich die 300 US-Dollar für den möglichen Rücksetzer, eben den Backtest der Golden Pocket schon sehr, sehr spannend finden würde. Und solange eben das übergeordnet Bullish, das Sentiment im Markt aufrecht erhalten bleibt, denke ich, dass der Markt dann hier auch in diesem Bereich zupacken wird. Zukunftsmusik, denn aktuell sehen wir hier diesen Aufwärtstrend. Und den machen wir uns jetzt durchaus mal etwas dicker und verlängern den auch ähnlich, wie wir es bei Apple im Chart sehen, bis in unsere Zielzone. Und solange dieser Aufwärtstrend hier intakt ist, ist dieser Markt meines Erachtens Bullish unterwegs. Und wir sehen jetzt auch, dass sich die Microsoft-Aktie sogar ein bisschen absetzen konnte in den letzten Handelstagen. Hat sich nochmal beschleunigt, weg von diesem Aufwärtstrend. Wir sehen jetzt am Freitag durchaus eine bärische Kerze. Das ist eine bärische Mara-Bazoo-Kerze. Ein Open ohne Docht und das Close auch ohne Docht. Das heißt, der Markt hat die gesamte Handelssession überabverkauft. Hier kann jetzt ohne weiteres noch ein weiterer Dip kommen bei Microsoft um circa 3,5 Prozent. Und dann hab aber bitte die 20-Tage-Linie, die derzeit genau parallel mit diesem Aufwärtstrend läuft, auf dem Schirm. Solange dieser Trend hier hält, sind kleine Dips am Markteinkauf. Insbesondere, weil wir sehen, dass Microsoft hier nach wie vor höhere Tiefs und höhere Hochs generiert. Erst wenn wir sehen, Trendbruch. Und dann probieren es die Bullen nochmal. Scheitern dann an diesem Trend in der Regel. Nach so einem massiven Aufwärtstrend hast du in der Regel dann nochmal einen Aufbäumenversuch der Bullen. Und wenn das dann scheitert an einem tieferen Hoch, hast du in der Regel auch mal ein etwas größeres Short-Signal. Aktuell auch bei Microsoft, dieser Aufwärtstrend noch völlig intakt, ohne Trendbruch. Kursziele 3,86 bis sogar knapp über 400 US-Dollar. Wir kommen zu Apple. Aktuelle Marktkapitalisierung 2,92 Billionen US-Dollar. Ein erwartetes KGV von 28 und ein Kursumsatzverhältnis von 7,6. Apple schauen wir uns zuerst im Wochenchart an. Zurück bis 2017, 2018. Wir schauen uns hier die gesamte Struktur an, der Apple-Aktie, dieser übergeordnete Aufwärtstrend, der seit 2018, 2019 intakt ist. Den haben wir auch im Rahmen der Korrektur 2022 nicht berührt. Wir haben hier noch einen höheren Aufwärtstrend. Den haben wir allerdings sehr intensiv berührt. Sogar einen kleinen Dip drunter hat es gegeben. Das war dann eben im Rahmen von dieser unfassbaren Rallye, in der wir uns aktuell befinden bei Apple. Wenn wir uns die Rallye mal genauer anschauen von ihrer Struktur, dann muss man sagen, erinnert das so ein wenig an die Rallye, die wir nach dem Corona-Crash gesehen haben. Wirklich eine herrliche Aufwärtstrendlinie. Wir schauen uns das auch gleich noch im Tageschart an. Man muss wirklich dazu sagen, der Aufwärtstrend bei Apple ist hier völlig intakt. Wir haben auch im Rahmen der letzten Handelswoche neue All-Time-Highs generiert. Das schauen wir uns, wie gesagt, gleich im Tagesschart an. Und es ist sehr, sehr wichtig, meines Erachtens, dass wir diesen Aufwärtstrend respektieren. Der Markt tut es. Der Markt respektiert diesen Aufwärtstrend nahezu in Perfektion. Ist einer der schönsten Aufwärtstrends, die ich seit einigen Jahren gesehen habe, muss ich ganz klar sagen. Und solange dieser Aufwärtstrend intakt ist, meines Erachtens, wird es auch der Aufwärtstrend am breiten Markt sein. Apple ganz klar die Aktie, die vor allen Dingen technisch auch sehr solide dasteht. Da sehen wir auch am Rücksetzer, der im Vergleich zu anderen Tech-Aktien sehr, sehr mild war im Jahr 2022. Das wollte ich euch auch noch zeigen, dass wir uns hier mal das Tief anschauen von diesem Trendkanal. Von der Korrektur 2018, 2019 und messen hier mal die gesamte Distanz ab. Und dann sehen wir, dass uns dieser Rücksetzer exakt am Tief Ende 2022, Anfang 2023, als dann dieser unfassbare Big Tech Run begonnen hat. Da waren wir genau am 38er Fibonacci dieser gesamten Rallye. Also wir haben die Golden Zone, wenn man so möchte, geküsst und sind danach wirklich senkrecht durchgestiegen und haben dann hier sogar das 23er Fibonacci als Support getestet. Also man muss wirklich sagen, der Rücksetzer 2022, das war durchaus eine Korrektur bei der Apple-Aktie. Ich bin sehr gespannt und das muss ich auch ganz klar sagen, wir kommen noch gleich auf Kursziele zu sprechen, auf diese Zielzone hier oben. Aber ich bin sehr gespannt, wie lange der Markt diese Aufwärtstrendlinie hier halten können wird. Und jetzt schauen wir uns diesen Aufwärtstrend mal im Tageschart. Und auf der linken Seite siehst du das alte All-Time-High der Apple-Aktie bei circa 184, 183 US-Dollar. Danach siehst du hier die komplette Korrektur. Und eben am Tiefpunkt Anfang Januar hat dieser unglaublich schöne Aufwärtstrend begonnen. Er hat auch sehr schöne Berührungspunkte an der Downside und vor allen Dingen hier auch immer herrliche kurze Konterabwärtstrends, die immer wieder vom Markt genutzt wurden, um sich an diesem Aufwärtstrend nach oben zu schrauben. Und ich muss ganz klar, wie gesagt, dazu sagen, solange dieser Aufwärtstrend intakt ist, ist meines Erachtens auch der Aufwärtstrend am Gesamtmarkt intakt. Und wir müssen ganz genau beobachten, wie weit eben, wie gesagt, der Markt diesen Trend hier verteidigen kann. Wir waren im Wochenchart überkauft, wir sind es auch im Tageschart. Aber das ist übergeordnet eben kein sofortiges Verkaufssignal, sondern einfach ein Signal, dass hier sehr viel Momentum drauf ist. Aber natürlich eben auch, wenn es dann zu einem Trendbruch kommt. Und da schauen wir uns im nächsten Clip an, müssen wir definitiv auch mal damit rechnen, dass wir so ein RSI auch mal wieder an der Unterseite sehen können, dieser Range, wie wir es eben zu Beginn von diesem unglaublich schönen Aufwärtstrend Anfang Januar gesehen haben. Wenn wir uns die Zielzone da oben anschauen, dann haben wir hier wirklich das große Fibonacci drübergelegt. Und zwar seit dem letzten All-Time-High runter ans 52 Wochen tief. Du siehst die Fibonacci-Levels auf dem Weg nach oben, haben wir alle wunderschön durchkreuzt. Auch hier die Golden Pocket als Support getestet. Hier auch im 88er Fibonacci-Bereich bei ca. 176 US-Dollar. Da gab es dann sogar ein kleines Gap nach oben. Einen kleinen Trick angewendet vom Markt hier in diesem wichtigen Widerstand eben per Kurslücke nach oben übersprungen. Und dann siehst du eben hier oben die Zielzone. Wir sind bereits im Bereich von neuen All-Time-Highs bei Apple. Der Höchstkurs bislang sind 186 US-Dollar und 99 Cent. Und die Zielzone beginnt hier beim 127er Fibonacci. Und das wären ganz genau 199 US-Dollar. Hier rechne ich durchaus mit gewissen stärkeren Gewinnmitnahmen, wenn der Markt das hier schafft, noch einen Impuls zu setzen. Wenn wir durch die 199 US-Dollar durchgehen, dann schauen wir uns die weiteren Ziele an. Die 207 US-Dollar, das ist dann das 141er. Und der goldene Schnitt aus der gesamten Korrektur 2022, also das 161er, das wären dann hier oben 220 US-Dollar. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dadurch bekommst du Zugriff zum Premium-Bereich im Discord, wo du dich nicht nur mit über 350 Mitgliedern austauschen kannst, sondern auch ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt und Aktienanalysen profitierst. Und nachdem wir unsere kleine Stairway to Heaven jetzt mal aus dem Chart entfernt haben, haben wir Platz, uns die entsprechende Korrektur mal anzuschauen, wenn dieser unglaublich schöne Aufwärtstrend eines Tages brechen sollte. Und es ist wichtig, dass er eben nicht nur mit einer kleinen Tageskerze mal kurz bricht oder wir drunter dippen, im Zweifelsfall dann möglicherweise sogar auf der 20-Tage-Linie Support finden, sondern wirklich einen ordentlichen Trendbruch mit einem weiteren Versuch der Bullen nochmal Stärke zu zeigen, der dann scheitert und wir eben dann einen bestätigten Breakdown bekommen unter diesem Aufwärtstrend. Und dazu messen wir uns mal mit unserem Fibonacci-Tool die entsprechende Rallye ab. Und da machen wir jetzt mal zwei Szenarien. Wir tun jetzt mal zuerst so, als wäre hier und jetzt das Ende der Rallye erreicht. Denn das ist wichtig, das brauchst du für dein Fibonacci. Du brauchst einen klaren Beginn eines Trends und natürlich ein klares Ende. Und dieses klare Ende, das sehen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, weil das hier noch keine Umkehrformation ist. Aber wenn wir uns jetzt mal diese Situation anschauen und hier jetzt mal mit dem Markt einen Top setzen bei den 187 US-Dollarn, dann sehen wir die Ziele. Dann müssen wir zuerst mal auf diese drei signifikanten Tops aus dem Jahr 2022 achten. Schreibt ihr die direkt mal auf 183, 179 und 176 US-Dollar. Das ist das All-Time-High. Dann das Top der März-Rallye und entsprechend das Top der August-Rallye. Hier kann der Markt potenziell Support finden. Allerdings, wenn wir nach so einem unglaublichen Run und einem übergehaften Wochenchart und einem übergehaften Tageschart erstmal wirklich einen Trendbruch sehen, dann bekommen wir in der Regel auch mal eine etwas schärfere Korrektur. Habt dabei ganz klar die 20- und die 50-Tage-Linie auf dem Schirm. Zwei unglaublich wichtige gleitende Durchschnitte in so einem aktiven Aufwärtstrend. Und erst wenn die 50er-Linie bricht, kommt es dann in aller Regel auch mal gerne zu einem Test der 200-Tage-Linie. Und da schauen wir uns das 23er-Fibonacci an. Und das wäre aus aktueller Sicht hier im Bereich der 50-Tage-Linie derzeit bei ca. 172. Wie gesagt, das sind lauter hypothetische Werte aktuell, weil wir wissen noch nicht, wo diese Rallye definitiv ihr Ende finden wird. Das 38er-Fibonacci hätten wir dann hier als aktuellen Backtest von diesem Trendkanal als Support. Das ist übrigens auch im weiteren Verlauf definitiv ein Szenario. Ganz egal, wo uns diese Rallye oder wie weit uns diese Rallye noch tragen wird, hier bei diesem übergeordneten Trendkanal, was zuvor immer wieder Widerstand war. Und jetzt hier ganz klar und auch spielerisch in diesem Versuch gebrochen wurde, kann dann im weiteren Verlauf mit einer guten Wahrscheinlichkeit zum Support werden. Und selbst wenn wir diese Rallye jetzt noch fortsetzen würden in den Bereich der 199 US-Dollar, würden wir das 38er-Fibonacci sehen bei ca. 170 US-Dollar. Und wenn wir drunter dippen und aufs 50er-Fibonacci dippen würden in dem Bereich, dann hätten wir auch diesen Trendkanal, den Widerstand als potenziellen Support. Also diesen Bereich um 165 US-Dollar halte ich im Falle einer potenziellen Korrektur bei Apple für sehr, sehr interessant. Und erst wenn wir deutlich in diesen Trendkanal zurückfallen würden und vor allen Dingen dann unter dieses wichtige Level, das hat der Markt auch immer wieder als Support und Widerstand getestet von 157 US-Dollar. Erst wenn wir da drunter brechen, dann machen wir uns mit einer schärferen Korrektur bei Apple oder setzen wir uns mit einer schärferen Korrektur bei Apple auseinander. Und dann haben wir natürlich auch als wichtigen Support 145 US-Dollar. Das ist hier dieses All-Time-High aus dem Januar 2021. Und hier wäre dann auch in diesem Bereich die Herzlinie. Und vor allen Dingen in dieser obere der Aufwärtstrends. Also du siehst, im Falle von einem Rücksetzer hat der Markt unglaublich viele Supports bei Apple. Den interessantesten muss ich fast sagen, das wäre eben dieser Rücksetzer auf dieses Top von dem Trendkanal, was zuvor Widerstand war, wird Support. Ganz wichtig, um hier aber über Korrekturen zu sprechen. Und dann haben wir die Aktie spätestens wieder im Video. Dieser Aufwärtstrend, der Trend is your friend. Und das gilt aktuell meines Erachtens nirgendwo so stark wie bei der Apple-Aktie. Und der Markt will hier auch noch nicht loslassen. Und wenn wir aber den Trendbruch sehen, dann sprechen wir über die entsprechenden Ziele des Rücksetzers. Für den Moment Kursziel bei Apple muss man ganz klar noch sagen, ca. 199 US-Dollar, bis dieser Trend hier bricht. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze. Und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze. Und natürlich den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.